Hi! Dan! Herzlich Willkommen zu Landeskamp vom BigWave dem Baro B4E-Kartas! Ich hab keine Ahnung, 23. oder 24. Man sieht, ich bin wieder da! Ich bin wieder! Ja, er ist wieder da! Ja, wir haben ihn gefunden! Du brauchst jetzt zwei Wochen nicht da! Schule! Schule ist wichtig! Schmeiß das mal in die Ecke! So, wer will den ersten Kommentar lesen? Schnick-Schnack-Schnupp oder wie? Alter, Frau Schönheit! Dann musst du Luna vorlesen! Jetzt hat's aber gemickert! Schnick-Schnack-Schnupp oder wie? Ja! So, dann fangen wir an! Ich bin da dran! Ich hab verloren! Ja, so! Ja! Der erste Kommentar kommt vom E-Bike am RM hat geschrieben Moin René! Immer wieder schön weiter so! Liebe Grüße Matze! Liebe Grüße zurück! Mein guter So! So, der nächste Kommentar kommt von Katja! Ja! Ich haue mich hier weg! Ich hoffe, es schaut doch... Es schaut keinen gelösten... Es schauen keine Gehörlosen zu! Ja, gelösten zu! Der Text versteht dich scheinbar nicht! Auf jeden Fall kann Wörter wie Polen, Kapu, Spanisch, Hund... Na! Nitzsche! Nitzsche! Vergleichskürzen! Und viele andere Dinge! Ich haue mich echt weg! Made by me! Ja! Also, das ist immer ganz lustig! Dieser automatische, wenn ihr das unten dann habt, dass er das vorlesen soll, der YouTuber Dingsbrumster, das haut nie hin! Da lest immer auch einen Käse vor! Das kennen wir nicht anders! Der nächste Kommentar kommt vom E-Bike Heizzi! Er hat geschrieben, René Zinkersmeide, liebe Grüße Heizzi! Dankeschön! Der nächste Kommentar kommt von Ligerath on Tour! Das geht doch gut voran! Langsam, aber kontinuiert sich! Ja, das mit den Gewichten, diese Woche weiß ich nicht! Wir lassen uns überraschen für morgen! Dann kommt der nächste Kommentar vom Rinaldo Herbst und er hat geschrieben Super! Vor ein paar Monaten hast du noch darum gebangt, ob du das überhaupt noch mal erreichen kannst! Und jetzt ist es so! Das stimmt! Mega, mega, mega! Ja, also ich bin happy glücklich, es kann aber noch mehr werden! Der nächste Kommentar kommt von Katja! Mega Glückwunsch! Weniger, weniger, äh, wieder weniger! Die Frisur schön sommerlich, doch gebraucht nicht! Fragen! Du entscheidest, ob lang oder kurz! Ja, und bin gerade wieder am Lachen! Der Autotex! Ja, meine Frisur ist wirklich geschickt geworden! Ich hab mir doch auch die größte Mühe gegeben! Ach du hast ja auch eine neue Frise! Ja! Ich musste 18 Euro beim Friseur... Ich musste 10 Cent Stromkosten bezahlen! Ne, ich lass es lieber machen! So, der nächste Kommentar kommt von Curry King! Und er hat geschrieben, kann man damit auch Wachteln und Öl frittieren! Also Öl sei es, weiß ich nicht, was das ist! Wachteln, keine Ahnung! Ich hab das noch nie frittiert, muss ich dazu sagen! Aber Hähnschenschenkel, ne? Das ist auch ein Zeuge dabei! Die funktionieren da drinnen wunderbar! Das habe ich auch, glaube ich, drunter geschrieben! Das kann ich garantieren! Ob das jetzt wacht... Aber Wachteln ist ja auch ein Geflügel! Vielleicht ein bisschen weniger Zeit! Die sind ja wesentlich kleiner! Sollte funktionieren, aber ich kann es nicht versprechen! Weil ich das selber noch nicht gemacht habe! Aber sonst ist die Fritte richtig gut! Und die nehme ich immer noch gerne! Und dann kommt der nächste Kommentar von... Glückwunsch, René! Ich drücke dir die Daumen, dass es weiterhin so kontrolliert... Kontinuierlich abweisen geht! Frisur geht klar! Und am Ende ist eh das Schick, was dir gefällt! Ja, also mir gefällt die Frise! So! Und dann kommt der letzte Kommentar für heute! Von Jack Robinson! Und er hat geschrieben, Shit-Video! Ich habe es auch noch mit reingenommen! Ich werde es auch gleich löschen! Weil es ist für mich... Ja! Also ich verstehe das nicht! Also die Aussage, Shit-Video, kann ich nicht mit anfangen! Es ist halt... Nee, Shit heißt es... Ich kann... Kritikfähig auf jeden Fall! Aber eine Kritik, wo du da steht, Shit-Video ist eine Kritik! Da kann man jetzt mit anfangen! Ich denke, man versteht mich! Ja! Keine Ahnung, warum er das gemacht hat! Was ich jetzt aber kurios finde, ist... Ich habe das nicht geliked und kein Herz gegeben! Hat aber ein Like und Herz drauf! Obwohl ich es nicht gemacht habe! Ich habe nur geantwortet! Vielleicht von... Und bei einem anderen... Bei einem anderen, wo ich leicht ist und so macht er das... Komisch! Na, egal! Jedenfalls! Ich habe die Antwort vor 13 Stunden! Es kommt noch keine Antwort von Ihnen! Also... Ja, es wäre halt schön gewesen! Was nicht gut ist! Was Ihnen nicht gefällt! Ich meine, es ist auch schon ein älteres Video! Da geht es um die Küchenmaschine! Das ist schon ein paar Monate auf dem Markt! Sag ich mal! Aber ja, es ist halt... Ihr versteht mich, wie wir kloppen jetzt die... Live und Stage hier weg! Er macht es nicht! Doch jetzt! So! Ihr wisst Bescheid! Kritik! Ja! Aber auch bitte Kritik, mit dem man was anfangen kann! Danke dafür! Wie immer! Ich starb! Dauschtraum beißen! Dauschtreißen! Dauschtreißen! Nicht mit Lights! Da jetzt ein... Das Video... Lassenab oder... Aktiviert die Glocke! Und dann sagen wir... Bis dann! Wir sind dann morgen wieder! Zum BWR Quatsch zum großen Wiegen! Bis morgen! Bis morgen! Tschüss! Tschüss! Wir haben uns gar nicht groß gemacht! Warte, wir machen uns mal noch groß! Heute! Bis dann! Tschüss!